Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Friedens. Liebe und Friede fangen im eigenen Herzen und zu Hause an. Genieße die Zeit mit deinem Leben, mit jenen Menschen, die immer da sind, wenn du sie brauchst. Gehe hinaus in die Natur und nimm dir diese friedvolle Stille der Natur mit in dein Herz, damit es für dich ein Ort der Kraft und Heimat sei. Nimm dir die Zeit, schau auch in den nächtlichen Sternenhimmel, wenn die Luft klar und kalt ist. Beobachte, wie ganz leise und sacht die Dinge in deinem Leben sich auf einmal relativieren und sie ganz von alleine ihren richtigen Platz einnehmen. Beobachte, wie sich vermeintlich Wichtiges vom Unwichtigen trennt und das Leben wieder einfach und voller Wunder wird. Spiele und lache. Fühle dich geliebt und wohl. Sei bei dir und in dir selbst zu Hause. Sei immer gegenwärtig. Und das Wichtigste ist, sei selbst ein Geschenk für all jene, die dich berühren und die du berührst. Dann ist sie wirklich fühlbar. Diese segensreiche, ganadenreiche, geweihte Zeit, in der uns das Licht und die Liebe geboren wurden. In diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen ein frohes Fest, segensreiche Weihnachtstage und einen guten Start in das Neujahr 2022. Ich freue mich auf dich.